Nein. Lernst du es haben? Ja. Oh Gott, ist das geil. Ich freue mich für dich. Ich auch. Oh mein Gott. Es ist so angenehm. Es ist so angenehm im Kopf. Wenn man nicht mehr ständig alles hört. Und vor allem von ihm. Du hast ja keine Ahnung, was für langweilige Gedanken Rottmann teilweise hat. Ach, wie es halt so ist. Naja, ich meine, du hast ja auch. Ja, glaube ich, ich meine, ja. Sagen wir einfach nur, dein Herz aller Blübster denkt genauso langsam, wie er sich bewegt. Nee. Ich habe mir nicht gedacht, dass man im Kopf nicht so etwas Turbomäßiges los ist. Och, egal, er ist trotzdem toll. Du hast das jetzt verbunden mit dem Fremdgehen von ihm. Wir besuchen nächste Woche Marco. Ich habe ihn noch nicht in Urlaub genommen. Er nimmt sich noch eine Woche frei. Und die Frau Schneider, die Frau Schneider, naja, ich habe jetzt einen schönen Brief geschrieben an den Direktor. Wo ich ihn frage, ob er wirklich riskieren will, dass ich gehe und sie bleibt. Ja, mal schauen. Ihr kennt uns ja schon seit der Schulzeit, der Direktor und ich. Und ich weiß auch ein paar Dinge übergeben, seine Frau vielleicht. Oh, nein, 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 oh Gott, das ist schon mal zu kommen. Oh, vielleicht hast du schon erst mal, ich denke, das war alles. Pass mal auf, ich denke, ich denke, das ist ein schönes Moment. Ist besser, ne? Nein, 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 nein. Alles, einfach verstimmt mich nicht. Ich finde dich total schön. Entschuldigung, nein, ich höre schon auf. Es klappt, Moment. Weißt du, manchmal, glaube ich, muss man sich gegenüber der Welt taub stellen. Wenn der Mann erst mal merkt, was man wirklich im Leben braucht und im Leben nicht spielt, verstehst du? Manchmal musst du einfach deine Gedanken ignorieren, völlig ignorieren. Manchmal musst du einfach hingehen und sagen, hey, scheißegal, was ich gerade denke, wird sowieso alles anders, alles besser, alles toll. Manchmal musst du auch das Gleiche tun mit anderen Leuten, Gedanken scheißegal, alles in Butter. Scheißegal, was die jetzt denken, eigentlich alles in Butter. Alles in Butter, wenn du denkst, du denkst, ja, denkst du, nur du denkst. Alles in Butter, wenn du es sein lässt, dein Fach vor dich hinschweiß. Alles in Butter, wenn du deine Gedanken mal zum Haus lässt. Alles in Butter. Alles in Butter. Alles in Butter. Alles in Butter. Alles in Butter, wenn du denkst. Alles in Butter. 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 Und wir haben jedenfalls gesehen, wir sind nach Hause gefahren, auch dort geheiratet. Und ich bin so dankbar für die Erfindung. Vor allem, du, ich hätte nie gedacht, dass das noch zugeht. Schhhh. Sorry, wir haben noch zu tun. Ja. Alles in Butter. Also ich wieder fühl, dass du Mann und das kleine Schwester, wenn wir sie dann produziert haben, macht die Welt. Ist das ein Deal? Nee. Nee, es wird Fieber. Oh, 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 oh. Wollen Sie aber wohl sagen können, dass ich nur in Butter zu weit ist. Ach, jetzt kommen jetzt klingst du. Ich sag, guck, wir machen jetzt einen Autoschritt. Alles in Butter. 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 Das wünschen wir euch heute Abend. Und am besten noch für die nächsten vier nächsten Wochen. Jahre oder längere Zeitdauer. Das ist Zeit, das war für unsere Zahlen. Und ansonsten, vielen Dank für's Wochen. Und ganz momentan, ganz aktuell, und ich sag es, alles in Wunderland. Das war es von unserer Seite aus, Finder. Vielen Dank.